So, einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Wie jedes Mal bei unserem Webinar würde ich ganz gerne einmal einen kurzen Technik-Check machen. Das heißt, wenn mir jemand bitte kurz in die Fragen in den Chat reinschreiben könnte, ob er mich gut hören kann, ob mein Bildschirm da ist, das wäre wirklich sehr nett. So, nochmal an der Stelle. Ein kurzer Test. Tonbild bestens. Alles gut. Hören Sie alles? Okay, wunderbar. Ja, super. Ich habe bloß ein bisschen Verzögerung vom Chat, deswegen sorry dafür. Aber dann können wir ja gleich mal starten. Genau. Von Anfang möchte ich mich erstmal entschuldigen. Es kann sein, dass ich mich heute im Call ein bisschen räuspere ab und zu. Das liegt einfach daran, dass ich noch ein wenig angeschlagen bin. Deswegen sorry dafür, wenn das passiert. Ansonsten organisatorisch ein paar Worte. Wenn es Fragen gibt während der ganzen Präsentation, gar kein Problem. Einfach den Chat, genauso wie Sie es jetzt gerade gemacht haben, einfach den Chat aufmachen und da entsprechend die Fragen stellen. Am Schluss vom Webinar, je nach Zeit, wie viel Zeit wir noch haben, gehe ich dann auch auf ein paar vereinzelte Fragen nochmal ein. Genau. Das Thema heute ist ja Ransomware. Also ich wurde gebeten, noch ein bisschen was zu Ransomware zu erzählen. Und das ist deswegen interessant, weil, ja, weil ich eigentlich die Hoffnung hatte, ich muss nicht mehr so oft über Ransomware reden. Und das liegt nicht daran, weil ich da keine Lust drauf habe, sondern es liegt daran, dass ich mich selbst auch schon immer gefragt habe, was ist denn eigentlich immer noch das Problem mit Ransomware. Und das genau ist unser Thema heute. Also ich habe das jetzt so ein bisschen beleuchtet, die Hintergründe beleuchtet. Warum ist das heutzutage immer noch so ein großes Problem für viele Firmen oder auch im Privatumfeld immer noch ein Problem? Und das schauen wir uns heute mal gemeinsam an. Jetzt kann man sich natürlich zuerst mal die Frage stellen, seit wann ist Ransomware denn eigentlich ein Problem? Also wann ist denn die erste Ransomware wirklich in den Markt geworfen worden? Wann ist es da letztendlich losgegangen mit dieser großen Welle, die ja bis heute angehalten hat? Da können Sie gern auch mal sich selbst fragen und schätzen, wann die erste Ransomware wirklich so in den Markt geflutet wurde. Ich werde Ihnen auch mal eine Antwort drauf geben und zwar war das 1989, also 1989 der sogenannte Aids-Trojaner. Der wurde damals in Urlaub gebracht mit Diskette und der wurde an verschiedene Forschungsinstitute verteilt. Der hat dann die Daten verschlüsselt und hat quasi eine Meldung auf den Bildschirm gebracht. Die Daten sind verschlüsselt bzw. er hat eine Meldung gebracht, dass die Lizenz abgelaufen ist für eine Software und man müsste jetzt bitte einen Check nach Panama schicken an den Postfach und dann werden die Daten auch wieder hergestellt. Also 1989 kann man sagen, war der erste Verschlüsselungstriana im klassischen Sinne, so wie wir ihn heute kennen, so richtig im Umlauf. Und ja, Sie haben richtig gehört, es war 1989 und 2021, Ende 2021 muss ich immer noch über dieses Thema aufklären bzw. müssen wir als Hersteller immer noch um uns das Thema Ransomware kümmern. Jetzt habe ich hier noch mal eine, diese Grafik ist schon ein bisschen älter, deswegen nicht wundern, vielleicht kennt die der ein oder andere sogar auch noch. Die ist aus 2017, die haben wir erstellt und das zeigt so ein bisschen die Historie von Ransomware-Trojanern, wie die so gewachsen sind über den Zeitraum. Also man sieht so 2011 ging es dann auch los mit XORs zum Beispiel und dann ging diese Welle langsam los und man sieht halt, wie das Ganze eskaliert ist über die Zeit. Gibt es mehrere Gründe dafür, warum das so eskaliert ist über die Zeit, warum es da immer mehr Abwandlungen dann gab von Trojanern. Da, das hat natürlich Bitcoin eine große Rolle mitgespielt, also wie Bitcoin dann langsam populärer wurde in dem Markt, vermeintlich anonyme Zahlungsmöglichkeit geboten hat, was für Kriminelle natürlich immer attraktiv ist und da ist das dann alles so ein bisschen durch die Decke gegangen. Dazwischen gab es immer mal wieder auch Trojaner, die ein bisschen kreativer waren, zeige ich leider den Namen von dem einen Trojaner vergessen, aber nee, ich weiß ihn wieder, der hieß Popcorn Trojaner damals, also eine Popcorn Ransomware und die waren ein bisschen kreativer. Da hatte man nicht nur die Möglichkeit zu sagen, ich überweise jetzt Bitcoin an meinen Angreifer, damit ich meine Daten wieder bekomme, sondern ich hätte auch, ich habe einen Download-Link für den Trojaner bekommen, hätte den an meinen Freund weiterleiten können oder an die Firma weiterleiten können, selber weiterleiten können und sobald das andere Opfer infiziert worden ist, habe ich meine Daten auch wieder bekommen. Also da gab es auch ganz kreative, verschiedene Arten von Ransomware, aber wie gesagt, das ist alles so ein bisschen eskaliert, so ab 2014, 2015 ging es dann richtig los mit dieser großflächigen Welle von Ransomware. Schauen wir uns mal so ein bisschen an, so ein paar Beispiele aus der Praxis, was passiert denn da, also wen hat es denn alles getroffen? Meine Freundin zum Beispiel, die hat eine Garmin, also eine Smartwatch, die hatte teilweise ein paar Probleme in den vergangenen Jahren mit verschiedenen Features und einmal gab es dann auch das Problem, dass man nicht mal mehr ein Support-Ticket bei Garmin aufmachen konnte, weil die eben von dem Verschlüsselungstrainer getroffen worden sind. Muss man sich mal vorstellen, man kann auf einmal die Zeit nicht mehr gescheit ablesen auf seine Uhr, weil irgendwo ein Hersteller, ein Verschlüsselungstrainer sich eingefangen hat. Ein anderes Beispiel ist jetzt vom letzten Jahr, das ist die Funke Mediengruppe, die ist da auch getroffen worden von einem Oppressungs-Trojaner. Interessant war da der Zeitpunkt, das war nämlich ungefähr diese Zeit, wo wir uns jetzt gerade befinden, also kurz vor Weihnachten. Und interessant deswegen, weil die Funke Mediengruppe zu diesem Zeitpunkt vorproduziert, das heißt, da wollen die Leute auch irgendwann in Weihnachtsurlaub mit ihrer Familie gehen, das heißt, die produzieren da Auflagen vor und da war der Impact natürlich größer. Und wir gehen jetzt davon aus, dass dieser Zeitpunkt vom Angreifer nicht willkürlich gewählt wurde, sondern explizit gewartet wurde, bis die Funken Mediengruppe diese Vorproduktion beginnt, um da halt nochmal einen größeren Hebel zu haben bei der Erpressung, damit die halt eher gewillt sind, dann auch ein Lösegeld dafür zu zahlen. Ein anderes aktuelles Beispiel wäre jetzt die Colonial Pipeline, das hat auch ganz krasse Auswirkungen gehabt, wer das nicht mitbekommen hat, wenn man sich mal vorstellt, wie Corona angefangen hat, da kann sich sicher noch jeder dran erinnern. Da sind viele Leute in die Supermärkte gestürmt und das Klopapier war ausverkauft, weil halt viele Hamsterkäufe gemacht haben. In Amerika war das letztes Jahr ähnlich, weil bloß, da ging es nicht um Klopapier, sondern um Benzin, weil die größte Pipeline, also die größte Benzin-Pipeline aus Amerika, die Colonial Pipeline, die wurde auch getroffen, auch von den Verschlüsselungstrojanern. Und es hat soweit Auswirkungen gehabt, je nach Quellen, was man da findet, so circa 50 bis 70 Prozent der Tankstellen waren da betroffen, die konnten kein Benzin mehr nachliefern und die Leute hatten dann da auch Angst, ähnlich wie beim Klopapier, dass sie nichts mehr bekommen und haben dann sogar tatsächlich angefangen mit Mülltüten an die Tankstelle zu laufen, um die Mülltüten mit Benzin zu füllen. Also das hatte damals da auch ziemlich krasse Auswirkungen auch aufs Privatleben. Ein ganz aktuelles Beispiel, Media Markt Saturn, auch Verschlüsselungstrojaner beschädigt, da gingen dann teilweise die Kassensysteme nicht mehr, hat man dann solche Schilder in den Märkten gesehen, dass manche Finanzierungsmethoden, Belegerstattung, was auch immer, da hat vieles nicht mehr funktioniert, logischerweise, weil bei denen natürlich auch viel Digitales und wenn da am Hauptserver irgendwo der Verschlüsselungstrojaner loslegt, dann ist da erstmal Schicht im Schacht. Es gibt aber noch andere prominente Beispiele, ein bisschen aus der längeren Vergangenheit vielleicht. Damals WannaCry war ja ein großes Thema, der hat ja auch die Deutsche Bahn getroffen. Gut, die Deutsche Bahn braucht jetzt nicht unbedingt einen Verschlüsselungstrojaner, um eine Verspätung zu rechtfertigen, aber es hat da auch die Deutsche Bahn zum Beispiel getroffen mit WannaCry. Oder ein anderes Beispiel wäre FedEx. Das war vor allem in den Staaten ein großes Thema. Wenn man sich jetzt vorstellt, jetzt zur Weihnachtszeit ist das mit Paketlieferung eh alles schwierig und wenn dann noch ein DHL oder ein FedEx da von den Verschlüsselungstrojanern getroffen wird, dann schaut es ganz schnell finster aus mit den Weihnachtsgeschenken, die man bestellt hat. Da kann man alle noch so ein bisschen drüber hinwegsehen. Mein Gott, dann kriegt man sein Weihnachtsgeschenk vielleicht ein, zwei Wochen später, wo es dann ein bisschen aufhört mit dem ganzen Spaß ist, wenn es um Menschenleben geht. Und auch das ist schon passiert im Universitätsklinikum Düsseldorf. Da war es so, dass dieses Universitätsklinikum auch Opfer von einem Trojaner wurde und die Patienten mussten aufgrund dessen dann verlegt werden, leider, weil viele medizinische Geräte nicht mehr funktioniert haben, ganze Technik nicht mehr funktioniert hat und deswegen mussten dann die Patienten unter anderem verlegt werden. Und ein Patient ist leider bei dieser Aktion, bei dieser Verlegeaktion ist dann leider ums Leben gekommen, auf dem Weg ins andere Krankenhaus. Also da hört natürlich dann der Spaß auch irgendwo auf. Das heißt, so ein Verschlüsselungstrojaner, der kann schon einen ganz großen Einschnitt auch auf unser Privatleben haben, auch wenn es eine Firma trifft. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, okay, was ist denn eigentlich das Problem? Weil wir wissen, was ein Verschlüsselungstrojaner ist. Wir wissen, wie der arbeitet, der verschlüsselt meine Daten, will ein Lösegeld dafür. Also was ist denn jetzt eigentlich noch das Problem in 2021, dass wir uns da immer noch mit rumschlagen müssen und immer noch keine richtige Lösung dafür gefunden haben? Es gibt zwei Antworten auf diese Frage, ganz grob gesagt. Erstmal kann man sagen, dass eine Ransomware nicht mehr die gleiche ist, wie sie vielleicht 2015 war, weil sich eine Ransomware bzw. die Angreifergruppen, die Ransomware einsetzen, da auch sehr weiterentwickelt haben. Wer gerne Videospiele mag, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt hier im Call sind, die gerne Videospiele spielen, aber es gibt eine bekannte Entwicklerfirma, die heißt CD Projekt Red und die haben unter anderem das Videospiel The Witcher gemacht, wo es auch eine Fernsehserie dazu gibt. Oder aktuell wäre das Thema Cyberpunk, was letztes Jahr auf den Markt kam. Also das sind so größere Spiele, die die entwickelt haben und die sind auch von einem Verschlüsselungstrojaner getroffen worden. Und da ist jetzt so ein bisschen eine Besonderheit dabei, wo man das so ein bisschen abschätzen kann, dass eine Verschlüsselungstrojaner nicht nur heißt, meine Daten sind verschlüsselt und ich muss ein Lösegeld dafür zahlen. Weil da hat die Angreifergruppe entschlossen, einmal die Daten abzuziehen von dem Spieleentwickler, das heißt, die haben den kompletten Quellcode von allen Spielen, die die jemals entwickelt haben, abgezogen, auf die eigenen Server abgelegt und danach erst angefangen, die Daten zu verschlüsseln. Und jetzt hatten die zwei Hebel in der Hand als Angreifergruppe. Die konnten einmal sagen, pass mal auf, deine ganze IT ist verschlüsselt, plus wir haben auch noch den Source Code von deinen ganzen Spielen geklaut. Und jetzt hatten die zwei Hebel und jetzt haben sie gesagt, einmal ein Lösegeld bitte, damit deine IT wieder funktioniert und einmal ein Lösegeld bitte, wenn du nicht möchtest, dass ich den Source Code weiterverkaufe. Das ist dann ein bisschen hin und her gegangen. Man sieht hier unten auch noch ein Screenshot von einer Auktion, also von einem Forum. Da hat die Angreifergruppe nämlich eine Auktion gemacht, kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein eBay im Darknet. Und die haben halt gesagt, wir hätten hier den Source Code von The Witcher, wir hätten den Source Code von Cyberpunk, wer möchte das denn gern kaufen. Die Auktion, die wurde dann vorzeitig geschlossen, weil die Angreifergruppe scheinbar ein Angebot außerhalb des Forums bekommen hat, was sie zufriedengestellt hat. Und dann haben sie quasi die Auktion beendet und wer auch immer, aber irgendjemand hat jetzt quasi den Quellcode von den ganzen Spielen von CD Projekt Red. Ob das CD Projekt Red selbst war, die dann dieses Lösegeld bezahlt haben für den Quellcode, das wissen wir nicht, ist natürlich alles Mutmaßung. Also das ist ein Punkt, warum Ransomware immer noch ein Problem ist. Das heißt, selbst wenn man die Daten wiederherstellen kann, aber der Angreifer hat meine Daten vorher geklaut und droht jetzt mit Veröffentlichung, ist das natürlich ein Imageschaden für die Firma. In dem Fall sogar noch mal krasser, weil der komplette Quellcode weg ist. Also da gibt es verschiedene Hebel, die die Angreifergruppen einsetzen können, wenn jetzt zum Beispiel eine klassische Ransomware, ich verschlüssel und will ein Lösegeld dafür haben, wenn das nicht funktioniert. Ein anderer Punkt, warum Ransomware immer noch ein aktuelles Problem ist, ist die Art der Distribution, weil man muss sich so ein bisschen davon verabschieden, dass der User zum Beispiel eine Phishing-E-Mail bekommt und der User klickt auf diese Phishing-E-Mail, auf den Link, auf den Anhang, wie auch immer. Und dann wird auf einmal nach fünf Minuten der Bildschirm schwarz mit einem schwarzen Totenkopf und will dann ein Lösegeld von mir. Davon bitte verabschieden. Das existiert so gut wie gar nicht mehr, also macht fast keine aktive Angreifergruppe, geht mehr so vor. Ich zeige jetzt mal, wie es aktuell abläuft normalerweise. Also der Initiale, der Initiator, wie der Angreifer reinkommt ins Netzwerk, der ist immer noch dieselben alten Methoden, zum Beispiel eine Phishing-E-Mail. Aber da wird jetzt nicht direkt der Verschlüsselungstrainer nachgeladen, sondern wie jetzt hier zum Beispiel ein Drydex nennt sich der. Das ist ein sogenannter Credential Stealer, beziehungsweise ein Information Stealer. Also der guckt erstmal nach, wo ist er denn gelandet, sammelt da so ein paar Informationen, zum Beispiel welche Betriebssysteme werden verwendet etc. und schickt dann diese ganzen Informationen zurück an die Angreifergruppe. Die haben dann jetzt erstmal ein Bild davon, okay, wo sind wir denn gelandet? Und dann geht es los, dass diese Angreifergruppe, wir nennen das Lateral Movement, macht. Das heißt, die gucken sich jetzt erstmal im Netzwerk um, sammeln da Daten, in welchem Bereich arbeitet mein Opfer, was setzen die für Tools ein, wie viele User sind die, wann arbeiten die, also zu welcher Uhrzeit arbeiten die. Das ist auch oft ein relevantes Thema und schauen sich da erstmal um und lernen quasi das Opfer kennen. Und dann werden nochmal selbstprogrammierte Tools zum Teil, aber manchmal auch fertige Tools, wie jetzt ein Cobalt Strike, wer das vielleicht kennt, oder ein PowerShell Empire nachgeladen auf das System. Und dann werden quasi die weiteren Schritte erstmal eingeleitet. Genau. Ein wichtiger Schritt für die Angreifergruppe zu dem Zeitpunkt ist dann die sogenannte Privilege Escalation. Also das heißt, dass eine Angreifergruppe dann erstmal guckt, okay, im besten Fall kriege ich irgendwo Admin-Rechte her im System, weil wenn eine Angreifergruppe Admin-Rechte und Domain-Admin-Rechte innerhalb von dem Netzwerk hat, dann ist es eigentlich in der Regel Game Over, weil dann können sie machen, was sie wollen. Dann können sie per GPO, was auch immer, können sie dann auch machen, was sie möchten. Zu dem Zeitpunkt muss man wissen, eine Angreifergruppe schaut auch ganz gerne mal, wo liegen denn die Backups und welche Tools werden verwendet, um Backups zu erstellen. Und dann kann es durchaus sein, dass die Angreifergruppe die Backups korrupiert, dass die nicht mehr wiederhergestellt werden können, dass das Backup abgebrochen wird. Also da toben die sich auch ganz gerne aus, weil sie genau wissen, dass wenn man ein gutes Backup hat, dass man von der Ransomware erstmal nicht so viel Angst haben muss, weil man die Daten zur Not wiederherstellen kann. Das wissen die Angreifergruppen auch und deswegen versucht man da dediziert auch zu gucken, wo liegen denn die Backups. Genau, diese Privilege Escalation kann man zum Beispiel machen mit Tools wie Mimikatz. Das ist so das bekannteste Tool, das heißt, der liest einfach aus dem Cache-Admin-Kennwörter aus und dann hat die Angreifergruppe auch Zugriff auf Domain-Admin-Accounts. Dieser ganze Prozess, also bis der User klickt auf eine E-Mail, bis der Angreifer genug Informationen hat, vergehen zwei bis drei Wochen, ohne dass der User, der draufgeklickt hat oder der Admin, der dahinter sitzt, irgendwas davon mitbekommen hat. Also zwei bis drei Wochen kann man sagen, im Industriedurchschnitt sitzt ein Angreifer im Netzwerk, bevor er dann, und jetzt geht es dann los in die Verteilung quasi, bevor er sich dann entschließt, für dieses Opfer möchte ich jetzt zum Beispiel eine Ransomware aktivieren und dann kommt die Ransomware nochmal zum Zug. Also insgesamt zwischen drei und fünf Wochen kann man sagen, User klickt auf die E-Mail, dann dauert es drei bis fünf Wochen und dann geht erst diese richtige Verschlüsselung los. Und das ist auch ein Hauptproblem, weil früher war es so, User klickt auf die E-Mail, okay, Mist, war was Schädliches, entweder es blockiert worden oder nicht, dann habe ich Pech gehabt. Aber mittlerweile sind die Angreifer halt auch so schlau, dass sie zum Beispiel schauen, auf welchem System sind sie, welche Backups werden eingesetzt, welche Software wird eingesetzt und die gucken sich da in ganz Ruhe um und können dann maßgeschneiderte Tools dann nochmal auf das Opfer auch ausbringen. Das ist nämlich auch so ein Problem an dieser Geschichte. Genau, achso, die Verteilung von der Ransomware, wenn die Angreifergruppe schon Adminrechte hat, dann ist es natürlich total easy, dann eine GPO zum Beispiel zu schreiben übers AD und dann eine Verteilung von einem Ransomware-Trojaner zu machen oder über PowerShell. Das kann sich der Angreifer dann selber aussuchen, wie er das macht. Das ist natürlich auch noch die Frage, was gibt es jetzt für Abwehrmöglichkeiten? Wir sind jetzt hier in einem F-Secure-Webinar, deswegen gehe ich jetzt mal kurz auf die Möglichkeiten von uns als Hersteller darauf ein. Das habe ich jetzt so ein bisschen zweigeteilt, dieses Thema, weil es nicht so ganz einfach ist, da alles mit abzudecken, aber ich versuche es zumindest mal. Im Hintergrund sieht man jetzt einen Screenshot von unserer Endpoint Protection, und da gehe ich jetzt zuerst mal drauf ein. Klar, da sollte natürlich der Realtime-Scan, also der Echtzeitscan, aktiv sein. Der arbeitet mit Signaturen, um bereits bekannte Malware halt auch zu blockieren. Ist immer noch wichtig, da kommt immer noch ziemlich viel rein. Das sehe ich auch, wenn ich mir die Statistik vom Labor so angucke. Deswegen, der sollte natürlich auch immer aktiv sein. Ein anderer Punkt, der nicht so ganz prominent vielleicht ist, ist das sogenannte Anti-Malware-Scan-Interface. Das ist ein Interface, das uns Microsoft bereitgestellt hat, womit wir auch wirklich einen Kontext anschauen können. Zum Beispiel, wenn eine PowerShell aufgeht. Früher haben wir halt gesehen, die PowerShell.exe geht auf. Mittlerweile können wir aber auch durch dieses Interface, was uns Microsoft bereitgestellt hat, können wir auch gucken, okay, was passiert denn in der PowerShell? Wird dann ein Payload gestartet? Wird dann HMI zuerst abgesetzt? Und können da gewisse Kontexte quasi bei uns blacklisten? Und die werden dann dediziert in der PowerShell direkt unterbunden, dass so ein Payload von dem Trojaner erst gar nicht gestartet werden kann. Das ist ein ziemlich cooles Ding. Sollte man auf jeden Fall auch aktiv haben. Genau, und dann gibt es natürlich noch den Deep Guard, den Klassiker. Wer schon länger F-Secure-Kunde ist, der kennt den natürlich. Der analysiert dann nicht nur mit Signaturen, beziehungsweise der braucht keine Signaturen, sondern den trainieren wir quasi auf gewisse Verhaltensmuster an. Und der kann dann auch in Echtzeit reagieren. Wenn jetzt eine unbekannte Ransom-Wert zum Spiel loslegen würde, dann kennt er das Verhalten vielleicht schon von einem WannaCry oder so. Und dann kann er da auch in Echtzeit auch dagegen vorgehen. Das funktioniert aus der Vergangenheit gesehen sehr, sehr gut. Deswegen Deep Guard auf jeden Fall ein absolutes Muss, wenn die Endpoint Protection von uns eingesetzt wird. Bei der Endpoint Protection gibt es jetzt zusätzlich noch einen erweiterten Schutz, sage ich mal. Und zwar ist das der sogenannte Data Guard. Der ist ziemlich mächtig, ist auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, kann ich auch ehrlich dazu sagen. Aber kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich damit mal in einer ruhigen Minute auseinanderzusetzen. Ganz grob gesagt, was macht dieser Data Guard? Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel gebaut. Ich kann nämlich oben, da sehen wir jetzt zum Beispiel Z-Angebote oder C-Documents. Das heißt, da kann ich Ordner angeben, wo ich definiere als Admin. Die sind super wichtig. Also da liegen die ganzen unternehmenswichtigen Daten, Kundendaten. Da liegen meine Kronjuwelen. Also die kann ich da unter Punkt 2 kann ich die da definieren. Und unter Punkt 3 kann ich wiederum Software definieren, die auf die oben genannten Ordner Zugriff hat. Das heißt, ich habe hier C-Demo-Eigenentwicklung. Da habe ich vielleicht irgendeine Software selber geschrieben und die selbstentwickelte Software, die darf zugreifen, zum Beispiel auf mein Netzlaufwerk, auf Z-Angebote. Das geht, das ist kein Problem. Aber sobald ein User anfängt, ganz egal aus welcher Quelle, ob das jetzt ein USB-Stick ist, ob der irgendwas runtergeladen hat, wenn das nicht von diesem gewidelisteten Ordner kommt, C-Demo-Eigenentwicklung, dann ist es erstmal blockiert. Also alles, was der User aus einem TEM-Verzeichnis, aus einem Download-Verzeichnis anklickt und startet und das möchte dann auf mein Netzlaufwerk zugreifen, diese Software oder diese Malware, dann wird das einfach unterbunden, weil es hier nicht explizit gewidelistet ist. Ist ziemlich mächtig. Damit kann man sein System ziemlich gut abschotten. Ist wie gesagt auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil man sich natürlich erstmal überlegen muss, wo liegen meine Kronjuwelen, was möchte ich gerne alles dediziert nochmal geschützt haben und wo liegt die Software, die meine User brauchen, um auch sauber arbeiten zu können. Deswegen, das ist jetzt wahrscheinlich kein Feature, was man für 200 Clients einfach mal per Klick aktiviert und hofft, dass schon alles gut geht, sondern da einfach ein bisschen langsam rantasten. Aber wenn man das wirklich eingeführt hat, dann ist das schon ziemlich cool, weil man da sicher sein kann, dass keine Software, die ich nicht als Admin explizit freigegeben habe, irgendwo auf meinem Netzlaufwerk was zu suchen hat. Dann haben wir noch das Thema Endpoint Detection und Response. Wir haben jetzt quasi Abwehrmöglichkeiten gezeigt in Echtzeit, wenn der Verschlüsselungstrojaner auf meinem System gerne loslegen möchte. Wenn wir uns jetzt nochmal erinnern, dass sich das so ein bisschen gewandelt hat von User klickt auf die Mail, User klickt auf den Anhang und der Verschlüsselungstrojaner geht los. Da vergehen ja mittlerweile mehrere Wochen, mehrere Tage. Und jetzt wäre es natürlich eigentlich noch besser, wenn ich mich gar nicht darauf verlassen müsste, dass die Endpoint Protection ihren Job macht, was er natürlich machen wird. Aber noch besser wäre es ja, wenn ich mich da gar nicht darauf verlassen muss, sondern ich schon vorher mitbekomme, dass sich irgendjemand in meinem Netzwerk befindet, der da gerade versucht, sich Admin-Rechte oder irgendwas zu holen. Und dafür gibt es dann zum Beispiel die Detection und Response-Lösung, die genau das aufzeigt. Also die zeigt genau auf, wo ist der Angreifer reingekommen, was hat der jetzt für Tools eingesetzt, auf welchem System ist er gerade noch aktiv. Und da kann ich viel früher dagegen steuern. Wenn man sich vorstellt, dass ein Angreifer hier fünf Wochen in meinem Netzwerk rum schnuppert, ist es einfach kein schönes Gefühl. Und genau dafür gibt es halt dann diese Detection-Response-Funktion, wo man dann wirklich auch eine Transparenz bekommt, was passiert auf meinem System und was kann ich jetzt noch dagegen tun, bevor die Angreifergruppe überhaupt sich entschließt, mir einen Verschlüsselungstrojaner auf den Hals zu setzen. Dann habe ich noch zum Abschluss, habe ich noch eine kleine Geschichte vorbereitet, sozusagen eine Weihnachtsgeschichte. Und zwar haben wir mal vor mehreren Jahren uns gedacht, was passiert denn eigentlich, wenn man diese Leute bezahlt? Also was passiert denn eigentlich, wenn man so einen Verschlüsselungstrojaner bezahlt, beziehungsweise bezahlen möchte? Das haben wir damals aus End-User-Sicht gemacht, also nicht aus Firmensicht in dem Fall jetzt, sondern aus Privatkundensicht sozusagen. Und wir haben dann eine kleine Studie gemacht. Und zwar haben wir, wer die noch nicht kennt, haben wir damals dann den kundenfreundlichsten Verschlüsselungstrojaner gekürt. Also wir haben uns mit Absicht mit verschiedenen Verschlüsselungstrojanern infiziert und haben dann am Schluss gesagt, wer war denn jetzt der kundenfreundlichste? Also wer hat uns da am meisten weitergeholfen? Und deswegen jetzt hier die kleine Geschichte dazu. Die kann man auch selber nachlesen, kann ich nachher auch nochmal einen Link teilen. Die Studie ist ja auch öffentlich. Und ich zeige jetzt quasi mal so ein paar Chat-Nachrichten quasi aus dem Gewinner, also aus dem kundenfreundlichsten Verschlüsselungstrojaner. Das ist jetzt hier Christine. Christine sitzt eigentlich bei unserem Labor, war damals die Laborchefin. Die hat dieses ganze Projekt geleitet und hat sich mit Absicht, wie gesagt, dafür verschlüsseln lassen und hat dann aktiv auf den sozusagen Support von dem Verschlüsselungstrojaner zugegriffen und hat sich da so ein bisschen doof gestellt. Und das ist jetzt quasi das, was rausgekommen ist. Da zeige ich jetzt mal ein paar Auszüge da draußen. Genau. Angefangen hat es, dass die Christine sich gemeldet hat und hat gesagt, ja hallo, hier irgendwie meine Daten sind verschlüsseln und was tue ich denn jetzt? Wie kriege ich jetzt meine Daten eigentlich wieder zurück? Dieser Verschlüsselungstrojaner beziehungsweise die Angreifergruppe, die dahinter saß, die hat dann geantwortet. Die haben dann geschrieben, ja, deine Daten sind verschlüsselt worden und du müsstest jetzt bitte Bitcoins bezahlen, damit du die wieder zurückbekommst. Er hat dann gefragt, ob wir wissen, was ein Bitcoin ist, etc. Bla, bla, bla. Und die Christine, wie gesagt, wir haben uns ein bisschen doof gestellt. Wir haben dann auch gesagt, nee, ich habe keine Ahnung, was ein Bitcoin ist. Und was eigentlich genau los ist mit meinem Rechner. Ich blicke nicht mehr so richtig durch. Und dann hat uns diese Angreifergruppe so ein bisschen auch technischer erklärt, was genau passiert ist. Wir sind infiziert worden mit einem Verschlüsselungstrojaner. Der hat alle unsere Daten verschlüsselt und hat uns dann auch nochmal ein bisschen erklärt, was ein Bitcoin ist und hat auch gefragt, wo wir wohnen. Hat gefragt, in welchem Land wir sind, weil er gesagt hat, je nachdem, wo du gerade sitzt, suche ich einen Bitcoin-Reseller. für dich raus. Wir waren ehrlich zur Abwechslung mal und haben gesagt, wir sitzen in Finnland und haben auch mal gefragt, wo er denn eigentlich sitzt. Ein bisschen Smalltalk kann ja auch nicht schaden bei sowas und haben auch gefragt, wie können wir denn sicher sein, dass wir unsere Daten überhaupt wiederbekommen, nachdem wir gezahlt haben. Genau, also er hat uns erstmal eine Garantie gegeben, zu 100 Prozent, wenn das Geld da ist, bekommst du deine Daten zurück. Das ist in der Regel auch wirklich so, dass man die Daten zurückbekommt, aber wenn die Angreifergruppe weiß, dass man einmal gezahlt hat, dann ist man ziemlich sicher nochmal dran. Deswegen natürlich keine Empfehlung dazu zahlen. Genau, und in der Zwischenzeit hat er auch über Google Maps, also er hat uns tatsächlich einen Screenshot von Google Maps auch geschickt, wo wir hingehen können. Das war eine lokale Tankstelle, wo wir quasi dann Bitcoins kaufen konnten, beziehungsweise solche Punkte kaufen konnten, die wir online einlösen konnten für Bitcoins. Also da hat er uns wirklich sehr geholfen, hat geguckt, wo wir ungefähr sind und hat uns da einen Google Maps Link geschickt, wo wir halt hinlaufen müssen. Und er hat auch noch gesagt, dass er von Kanada kommt, nachdem wir ja gesagt haben, wir kommen aus Finnland und woher er kommt. Also er war auch recht offen, was das Thema Smalltalk angeht. Genau, wir haben dann, wir waren natürlich nicht an der Tankstelle, muss ich ja nicht sagen, aber wir haben dann gesagt, wir waren da und die haben gesagt, das kostet so ungefähr 225 Euro und wir haben dann gesagt, guck mal, wir sind alleinerziehende Mama, so viel Geld habe ich nicht, kann ich nicht zahlen, sorry. So, jetzt kommt ein interessanter Punkt. Nachdem wir das geschrieben haben, hat er uns nochmal geantwortet. Wir dachten natürlich, okay, das Thema ist jetzt erstmal erledigt, aber er hat dann nochmal geantwortet und hat uns quasi nochmal einen Rabatt gegeben, also 100 Euro Rabatt. Jetzt sind es nur noch 125 Euro an Bitcoins, die wir zahlen müssen, wenn wir bis morgen zahlen. Also auch ganz ordentlich, natürlich mit Zahlungsziel dahinter liegt. Danach sind es wieder 225 Euro, aber schon mal 100 Euro Rabatt rausgehandelt. Genau, wir haben dann so ein bisschen auf Zeit gespielt, wir wollten es ein bisschen übertreiben, haben dann gesagt, hier, morgen, meine Tochter hat ein wichtiges Event an der Schule, da muss ich dabei sein, ich habe keine Zeit, also bis morgen schaffe ich es auf keinen Fall. Und wir haben dann noch gefragt, warum er das überhaupt macht, also warum er überhaupt andere Leute infiziert und dafür ein Lösegeld dann will. Genau, er hat daraufhin uns geantwortet, dass er wahrscheinlich ziemlich Ärger mit seinem Chef bekommen wird, aber er erhöht das Zahlungsziel nochmal. Er hat uns nochmal einen Aufschub gegeben bis Freitag, also wenn wir bis Freitag zahlen, zu dem Zeitpunkt, dann sind es immer noch 125 Euro. Da hat er uns quasi neben dem Rabatt auch nochmal ein erhöhtes Zahlungsziel gegeben, also wirklich sehr freundlich. Und er hat tatsächlich auch geantwortet, warum er eigentlich andere Leute infiziert. Damit haben wir nicht gerechnet, aber er hat tatsächlich da auch drauf reagiert. Und zwar hat er gemeint, dass er eigentlich beauftragt wurde von einer ganz normalen Firma, die Konkurrenz quasi zu hacken, beziehungsweise die ein bisschen zu nerven mit einem Verschlüsselungstrojaner. Und das ist aus mehrerlei Hinsicht natürlich super interessant. Also erstmal wissen wir, dass es Firmen gibt, die keine Skrupel haben, die Konkurrenz mit Verschlüsselungstrojanern zu nerven und da Leute zu beauftragen, die das zu tun. Und was dann auch noch interessant an der Stelle natürlich ist, ist, dass sie, dass in dem speziellen Fall die Angreifergruppe auch überrascht war, warum wir überhaupt diesen Trojaner abbekommen haben, weil die ja wie gesagt angestellt worden sind, eigentlich eine andere Firma zu hacken. Das liegt daran, der technische Hintergrund daran ist, dass wir Honeypots im Internet haben, wo wir diese Verschlüsselungstrojaner hergezogen haben. Und wir hatten halt Glück, genau diesen in irgendeinem Upstream zu erwischen und uns damit mit Absicht zu infizieren. Aber wie gesagt, im Verlauf dieses Chats, der in der Studie noch immer ein bisschen ausführlicher ist, hat der sich auch gewundert, wie wir überhaupt an diesen Trojaner gekommen sind. Genau, dann vergingen ein paar Tage und Christine hat sich dann noch mal zurückgemeldet. Sie hat gemeint, sie hat einen Kumpel, der kennt sich relativ gut mit PCs aus und der hat gemeint, hey, du hast ja schon ein Backup laufen und wir haben ja eigentlich alle unsere Daten und wir müssen ja eigentlich gar kein Lösegeld mehr zahlen. Und ja, damit hat sich das eigentlich für uns auch erledigt. Also wir wollten uns eigentlich nur noch mal bedanken für den netten Support, für das Entgegenkommen und haben halt hier unsere Abschieds-E-Mail geschrieben. Und er hat aufgrund dessen dann tatsächlich noch mal geantwortet. Also er hat sich erst mal für uns gefreut, dass wir unsere Daten wieder haben, dass wir jetzt kein Lösegeld mehr zahlen müssen. Da hat er sich erst mal gefreut und er hat auch noch einen Tipp gehabt. Und zwar, wir sollen uns das nächste Mal einfach einen guten Antivirus beziehungsweise eine gute Endpoint Protection installieren, damit wir das nächste Mal dieses Problem gar nicht mehr haben. Also wir hatten mehrere Learnings aus dieser Studie. Die heißt übrigens, wer die selber nachlesen will, einfach googlen nach F-Secure-Ransomware-Customer-Journey. Dann kommt man da relativ schnell drauf. Wer sich dediziert dafür interessiert, den kann ich das auch direkt schicken. Das ist gar kein Problem. Und wir hatten da mehrere Learnings aus dieser Studie, die natürlich auch unterhaltsam war. Aber da gab es natürlich sehr, sehr viele Informationen, die wir da rausgezogen haben. Unter anderem ist eine Information, wenn man sich wirklich darauf einlassen sollte, was wir nicht empfehlen, eine Angreifergruppe wirklich Geld zu überweisen, damit man seine Daten wieder bekommt. Dann hat man eine ziemlich gute Chance, dass man um den Preis nochmal verhandeln kann. Und das war unser Webinar zum Thema Ransomware. Ich glaube, wir sind ein bisschen über der Zeit, aber nichtsdestotrotz würde ich gerne nochmal in den Chat schauen. Und wenn es Fragen gibt, dann gerne einfach reinschießen damit. Dann kümmere ich mich da gerne drum. Ah ja, Frage, Aufzeichnungen zur Verfügung gestellt? Ja, klar, kein Problem. Ich habe die Session hier aufgezeichnet. Die kommt danach nochmal auch als YouTube-Link sozusagen. Da fragt jemand, ob das, beziehungsweise es klingt so, dass das größte Teil des Problems ist von Nutzer, klingt auf Link oder Nutzer stecken irgendwie unbekannten USB-Stick an, ob das quasi das Hauptproblem an der Stelle ist. Ja, also ich würde schon sagen, dass die Haupteinfallsquelle einfach gut gemachte Phishing-E-Mails sind, auch in Kombination mit Social Engineering. Also das ist auch noch ein Punkt. Also man kann jetzt nicht sagen, meine Nutzer sind alle doof, weil die klicken alle auf jeden Link. Wenn es eine Angreifergruppe wirklich darauf anlegt, machen die supergutes Social Engineering. Und da kann man, glaube ich, selbst den toughesten Nutzer auch überzeugen, mal auf einen Link zu klicken. Deswegen, ja, also Phishing-E-Mails sind immer noch ein großes Problem mit dem Thema, aber dem Nutzer da komplett die Schuld zuzuweisen, würde ich jetzt nicht machen, weil teilweise sind diese Phishing-E-Mails auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Aber Awareness-Schulungen und sowas ist natürlich absolut wichtig und richtig. Hier fragt jemand nach dem Link zur Studie. Ich habe das notiert, schicke ich ihn im Nachgang per E-Mail nochmal. Jemand fragt, ob F-Secure die Endpoint Protection auch Infektionen im Nachhinein erkennt. Also wenn der Rechner bereits befallen war und F-Secure erst danach installiert wurde, ja, ziemlich sicher. Also wenn da nochmal irgendwas auf dem System liegen geblieben ist und nochmal irgendwie anfangt da, keine Ahnung, meine DNS-Queries umzuändern und weiterzuleiten, dann würden wir das sicherlich auch erkennen und blockieren. So, da kommt ziemlich viel nochmal rein. Ich suche mir jetzt eine nochmal raus und dann würde ich sagen, den Rest kann ich gerne auch per E-Mail nochmal beantworten. Da fragt jemand was Interessantes noch und zwar, wir installieren jeden Rechner sofort neu. Wenn wir eine Virusmeldung erhalten, ist das übertrieben? Ich würde jetzt, ja, ich würde jetzt vielleicht nicht sagen direkt übertrieben, aber man kann es sich vielleicht ein bisschen so zusammenreimen. Wenn man von der Endpoint Protection eine Meldung zurückbekommt, dass ein Trojaner blockiert worden ist, weiß ich, dass bei den ersten Admins erstmal so ist, oh, hoppla, was ist denn da passiert? Und dann erstmal so ein bisschen Panik angesagt ist. In der Regel ist das aber eigentlich ein Grund, sich zu freuen, weil man weiß, dass die Endpoint Protection an der Stelle mal ihre Arbeit gemacht hat und erstmal hier eine Infektion blockiert hat und unter Quarantäne wahrscheinlich gestellt hat. Was man da dann für Schlüsse draus zieht, zum Beispiel, was ich immer empfehlen würde, dann mit dem User reden, schau mal, also nicht schimpfen, sondern einfach erklären, was da passiert ist, damit er da ein bisschen Awareness auch bekommt und was man danach dann noch macht, ob man dann wirklich sagt, ich spiele da gleich ein neues Image auf den Rechner auf, um ganz sicher zu sein. Klar kann man machen, deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es unbedingt übertrieben ist. Gefährlicher würde ich das einschätzen bei diesen ganzen Meldungen, die man nicht bekommt. Also wie gesagt, wenn die Endpoint Protection eine Meldung schickt, hier, ich habe ein Virus blockiert, dann ist das eigentlich ein gutes Zeichen, weil sie gut funktioniert hat. Wenn die Endpoint Protection gar nichts schickt, ja, dann ist natürlich die Frage, ist jetzt gar nichts passiert oder habe ich es nicht mitbekommen, dass etwas passiert ist? Und deswegen ist dieses Thema Detection and Response, was ich auch kurz angeschnitten habe, ganz interessant, weil da bekomme ich es halt auf jeden Fall mit. Also ganz egal, was die Endpoint Protection entscheidet oder ob der Angriff vielleicht mal außen rum geht, den ich als Admin nicht mitbekommen habe, ich kann mir sicher sein, die Detection and Response Lösung, die findet es auf jeden Fall. Also wenn da irgendwas durchflutscht, da bekomme ich es auf jeden Fall mit und kann da auch nochmal reagieren. Und in solchen Fällen, wenn irgendein Angriff wirklich durchgerutscht ist, dann macht es natürlich absolut Sinn, den Rechner neu zu installieren an der Stelle. Gut. Ja, wir sind ein bisschen über der Zeit. Es sind noch ein paar Fragen drin. Da würde ich im Nachgang den jeweiligen Leuten, die da die Frage gestellt haben, nochmal eine E-Mail zukommen lassen. Und ansonsten würde ich mich bedanken und wünsche schon mal eine schöne Weihnachtszeit. Vielen Dank. Vielen Dank.